So, hallo. Ich musste gerade ganz, ganz dringend aufs Klo. So, also, naja. Und von daher habe ich jetzt eigentlich die Boxen von hier aufgesammelt. Na, was ist das denn? Achso, die Resistenzdinger. Das hat schon... Schade, hat nicht ganz funktioniert. So gut, und dann das hier. Was ist komplett? Gibt's hier jetzt was? Irgendetwas ist disappeared. Hä? Ich dachte, ich hätte noch irgendwas gekriegt. Und was machte der jetzt noch? Achso. Hm. Ich denke, normalerweise würde man doch noch was kriegen. Aber gut. Und dann halt nicht. So. Guck mal, wir haben sechs weiße Kristalle. Das sind jetzt einfach nur die Rosenen, glaube ich. Und die Weißen sind, soweit ich weiß, für die Waffe. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie viel wir da brauchen. Und dann... Mh, mh, mh. 40. Ah, die haben wir ja jetzt schon. Mogen könnte ich vielleicht gebrauchen. Ha, da ist es nur für Archer. Äh. Ah. Also da ist praktisch nur für Archer. Das kann ich so einen Bogen gar nicht haben. Interessant. So. Also brauchen wir da keinen. Und dann hier Nirvana. Das hier ist... Nirvana Light Hat Gear. Und so das hier. Meins hat weg, das hat Decks. Ich hab gern Wit. Hm. Was ist das für ein Level? Das ist auch Level 17. Das ist 300er. Ich hab das hier. 270. Das hat 800. Also das hat mehr HP. Das guckt auf jeden Fall relativ gut aus. Hm. Und das hier. Und das hier. Ist 1800. Das Oberteil. Das ist 1700. 200. Dieses dann hat noch sehr viel mehr. Sehr viel besser. Wow. Kann man da dafür. Das heißt auch wirklich, wir gehen jetzt vom... Gleich können wir natürlich das auch einfach holen. 1.8. Was heißt so? 1.8.4. Und das hier ist... 1.8.4.1. Das ist auch... Das heißt wir müssen an und für sich Nirvana machen. Und ich kann mal an und für sich auch schon die Nirvana ein bisschen machen. Einen Teil kann ich mir holen. Das heißt wir müssen an und für sich 1.2.3.4.5. Hm. 5 mal. Da durch. 5 mal 6 ist 35. Ähm. Ähm. Und guck's hier aus. Kann man auch Nirvana haben. Das da ist 450. Und das da ist 500. Ich nehm das heißt ja. Man kann Nirvana haben. So schau mal. Max 5. 5. 5 HP. 5 HP 70. Physik Attack. Das auch. Trenneling minus 6. Oh. Reduced. Plus 4. Das ist plus 3. Was haben wir sonst noch? 500 HP. Hm. Das andere fühlt sich interessant. Das heißt wir müssen jetzt die ganze Zeit noch ein paar mal Nirvana rein. Yay. Hey. Immerhin. Immerhin. Was ist innerhin? Immerhin haben wir schon mal einmal durch. Das heißt einen Teil kommen wir schon mal aus. Hm. Was nehmen wir denn da? Gibt's da auch Nirvana Ringe? So das ist der Ring. Hm. Hm. 3. 14. 70. 50. Das ist auch 50. 3. 3. 3. 16. 17. Das ist schon mal mehr. Für mich wäre der Tipp 70. Das ist doch 70. Das ist doch auch 70. Der HP. Also irgendein gewaltiger Unterschied ist jetzt denn nicht. Das ist relativ schade aber ja. Was ist das für ein Ring? Demonic Might Ring. Das heißt an und für sich, dass Nirvana kommt da kein Might Ring raus. Also die Nirvana Sachen kann man hier nicht upgraden. Und das ist dann der Ring. Das ist interessant. Das heißt ich könnte mir jetzt einfach jeder... Ja. Und dann noch ne... Na, der Dämonik? Ich wollte gerade sagen Puzzle Cure. Ne, das ist Dämonik. Hab ich dann da auch ne Dämonik? Mal gucken. Nein. Ich hab das Puzzle... Ich hab mir das Puzzle-Ding geholt. Schön. Das ist das Warsong-Ding. Hm. Ja, gut. Dann machen wir uns vielleicht ein Oberteil. Na, warte mal gucken. Das Ding ist... Ja, warte, hier, da. Und ja, das machen wir auch aus Dämonik. Und das auch demolieren. Und dann macht die Dinger also praktisch alle aus Dämonik. Das ist relativ wurscht. Und bei der Armor war's... Ach warte, die machen wir auch aus Dämonik? Ah, okay. Ich dachte, man macht die aus Nirvana. Also brauche ich an und für sich Nirvana gar nicht laufen. Mal gucken. 800. Das hier hat 1300. Also solange ich unten drunter bin, könnte ich mir die Gier hier basteln. Aber sobald ich oben drüber bin, ist das hier besser. Kommt drauf an, was ich möchte. Hm. Ich frag mich, ob ich wahrsam laufen kann. Ich glaub's eben nicht. Aber man kann's versuchen. Habe ich da das Fire Dragon Headge- Was hab ich hier eigentlich? Red Dragon Helmet. Und woher ist das? Ach, ich wünschte ich würde das nicht irgendwo wissen. Fire Dragon. Das hier. Fire Dragon. Red Dragon. Was ist? Das ist Red Dragon. Fire Dragon. Red Dragon. Ach so. Hm, da hat mir das Red Dragon Ding auch geholt. Weil... Ich glaub, das hat dann eins Intervall gegeben. Red Dragon. Red Dragon. Ja, der hier Intervall. Und hier hab ich auch Intervall. Hm, weil da zwei drauf sind. Da sind zwei Teile und das sind zwei Teile. D.h. ich darf das hier praktisch auch so machen. Und da ist dann das Red Dragon Ding wieder. Hm, weil das Intervall drauf hat. Okay, ich sehe... Ja, I see. Haben wir hier auch Intervall drauf? Ja. Ja, wir haben sogar da auch drauf an. Oh, da brauchen wir 228. Hm. 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 Special Supreme. Okay. Hm, die kriegen wir durch. Supreme Badge. Hm. Hm. Weil die hier schaut minimal sick aus. Also sehr, sehr krank. Dann gucken wir die hier. Und da ist auch ein Red Dragon Ding. Hm. 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 Ja. Ja. Hier ist Dragon Cape. Das ist das Dragon Cape, hey. Hm. 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 Ich weiß nicht, weil ich möchte meins haben. Na, bei mir ist das drauf. Eigentlich hätte ich die auch noch gern. Hm. Das muss man vertreiben. Ich weiß nicht. Ja. Hm. Hm. Jetzt kommt die. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie wir direkt den Kacken holen. So, dann wollte ich mir ein Stück bauen. Vielleicht baue ich mir eins. So. Mirana. Plus 5 HP. 223. Das schaut schon mal nicht schlecht aus, das Oberteil. Gleich baue ich mal das Oberteil. Und da habe ich immer noch Unterwahl drauf, das ist gut. So, dann geht mal hier drauf. Das Upgraden. HP-Steinchen. Und dann haben wir wieder mehr. Hopp nur schnell. Hopp, hopp. Hm, da machen wir ein großes HP-Steinchen. Hm, das ist Quick-Exchange. Ach so. Und das gucke ich mir auch gleich an. Hm, ich will jetzt erstmal HP-Steinchen tragen. So. 4 Stückchen. Und dann haben wir einen Cap-Man. Das hier und das hier. Ach so, nehmen wir dann das hier und das hier. Hm, sehr schön. Und drüber. Drüber. Drüben ist ja auch so ein Ding zu mal angucken. Und von daher weiß ich es jetzt nichts. Lackpein drauf. Einfach nur so bei Wegen, wenn ich's kann. Mach mal. Lackpein drauf. So. Hm. Boah, es trifle ist. So gut. Was labern die da? Was reden die da im Chat? Hm. Keine Ahnung was über reden. So. Auf jeden Fall freu ich mich, dass ich jetzt schon wieder ein bisschen bessere Gier hab. Das ist auch schon mal was wert. So. Und hier denkst du für Gier? Ja. Ja. Fire Dragon. Hm. Aber ich bin ja schließlich noch ein Anfänger mehr. Oder weniger. Deswegen... Muss ich mir das erstmal noch nahe machen. So. So. Upsa. Das letzte. Und jetzt haben wir 500 Leben mehr. Als vorher. Ist auch schon mal was wert. Ich möchte jetzt nur noch gerne einen Turm haben. Ich muss ihn ja mal kurz zum Turm rüber gucken. Ich will mit dem Turm halt dann einfach... Mehr. Ja. Haus ist stark. Haus stark. Haus stark. Das ist komisch. Hm. So Turms. Kann ich ja bestimmt Scroll of Thorn wieder umwandeln auch. So. Hier ist Scroll of Thorn. Hier ist Scroll of Thorn. Achso. Da kann ich alle eben eine Scroll of Thorn umwandeln. Da kann ich alle umwandeln. Dass ich hier eine Scroll of Thorn traufe. So was möchte ich dann haben. Das ist der Witt. Um Reduced Physical Damage Taken. Irgendwie hätte ich das gerne zu viel angefangen. Aber ich brauche ein Pongo. Weil das äh... Intervall hat. Von daher hole ich mir eins. Ich hole mir das jetzt mal eben kurz. So. Wo haben wir es denn? Rail. Scroll of Thorn. Buy. Und eins. Ist das eigentlich eine Option? Das ist nix. Event. Event. Ich brauche nix. Gut. Äh. Scroll of Thorn. Eins. Und ich wollte ein neues Mount haben. Was brauche ich denn dafür nochmal? Ich gucke das gleich nochmal. Jetzt habe ich erstmal den Thorn. So. Und hier Pongo. Und diesen kacken Intervall. Hm. So. Schauen wir mal, wo ist denn hier Intervall? Wo steht das hier irgendwo? Gerade Attack Rate 2.5. Und jetzt sollte man 3 haben. Naja. Fast 3. Das ist auf jeden Fall schon mehr. Wie guckst du jetzt überhaupt aus mit den Stats? 31, 32, 5. Ja. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen mehr. Und ich wollte mir auch meine Bücher kaufen. Fällt mir auch gerne ein. Ich wollte auch erstmal da hingucken. Weil da hinten war ja auch irgendwas interessantes. Was ist das denn? Oh. Ja. Wird ich gewiss, machst du Hunger? Ja, gar keiner. Hey! Ich schau' da war was. Das wird funktioniert. Wie funktioniert das dann? Hm... Es passt range-effect. Ja, ok. Wie funktioniert das? Ich denke, es ist eine Katastrophe. Da. Das ist nicht so, ich glaube, es ist ein Blatt. Das ist nicht so, ich glaube, es ist ein Blatt. Oh, okay. Ich habe ihn kurz angeschrieben, weil er so nett war. Wenn man mal gesagt hat, wo der NPC ist. So, schauen wir mal. Was ist das denn? Ich glaube, da war ich mal ein Eichhörnchen. Na, irgendwas habe ich mal gemacht, da war ich dann ein Eichhörnchen. Das ist sehr wenig, da ist wie er ein Eichhörnchen. Wenn man möchte, darf man sagen, dann einfach mal mit einem Eichhörnchen. Das ist einfach so, dass wir da beim Eichhörnchen haben. Dann kommen sie zum Eichhörnchen und dann nach etwas, was wir da machen. Dann bein lasst das Eichhörnchen und dann besser darauf, ich habe das gut. Und dann verlauern. Dann gehen Sie nachher als Eichhörnchen. Ich werde das für eine neue Eichhörnchen. Dann kann ich noch ein Eichhörnchen werden. Dann geht es auch noch ein Eichhörnchen. Ich werde das nicht gut. Das ist geht auch nicht. Aber sind wir meine Eichhörnchen. Ich sage gerne! So, ist die jetzt fertig, die Quest? Ja. Dann laufen wir da eben mal hin auf den Auto. So, zu verfaule. Mal gucken, ob er auch hinkommt. Es ist interessant, dass die ja jetzt auch eingeführt haben, dass man auch da hinlaufen kann. So, mal schauen. Krass, ich hab mir trocken, neben mir ist ja die mir total hart. Und so, was hab ich jetzt gekriegt? Was? Was? Wie geht das hier auch? Was? Jetzt hab ich's verschwendet, kacke. Ich finde, es ist hier, wie das ausguckt. Kann ich das nochmal haben? Nein. Nein. Ich bin so fähig. Fuck my life. Ich bin so fähig. Hm. Wie hieß eigentlich der andere? Interessante. Achso. Naja. Ich dachte, ich könnte das... Das macht mich jetzt traurig. Von my life. Ihr seid perfekt in PvP. Ja, das glaub ich auch. Und so, super. So, du bist jetzt ein Bubbelfisch. Warte. Warte. Lamp of Blessing. Wenn ich mag, ich muss jetzt erst mal kurz zurückgehen. Erst mal kurz dahin, wo ich hingehen wollte. Dann würde ich hier dann irgendwie so schnell lassen. Also sofort so ablegen. Oh, warte. Hä? Oh, cool. Hm. Was ist denn? Das ist wohl ehrlich. Das sieht irgendwie... Das guckt irgendwie niedlich aus. Oh. Das ist ja süß. Ich muss gar nicht an Arc Age denken. So, warte. Was brauche ich jetzt davon, damit ich das Einhorn habe? Special Mount. Das da wollte ich haben. Dafür brauche ich einen Mount Token. Dann holen wir uns den mal eben kurz. Rare Mount Token. So. Und dann brüten wir uns das nochmal eben. Hm. Hedge. So. So. Und das andere, also ein Tisch. Was ist jetzt das hier? Das andere muss ich... Okay. Das sieht man jetzt erst mal das hier. Das haben wir gerade geholt. Das ist ein Pferd. Und ich dachte mal, das passt wunderbar zu meiner Kleidung. Weil das auch so dunkel ist. Von daher würde ich das haben. Und das hier hatte ich davor. Warte kurz. Das ist auch süß. Aber... Na ja. Zu glitzerhaft und alles. Und ja, ne. Dann sind wir mal weg. Hallo, die haben jetzt eingeführt, dass man da noch mehr Viecher haben kann. Genau. Das braucht man dann da. Damit man hier noch mehr Viecher haben kann. Genau. So. Was machst du denn? So. Das Tierchen. Das Interessante an dem Tierchen ist halt auch... Es hat... Jetzt muss man das weg machen. Da hier ist es mehr oder weniger. Es hat einen Status. Wenn man das dann füttert mit dem Essen. Also ich habe mir hier Sesamöl gekauft. Dann kriegt das einen besseren Status. Dann wird das praktisch schneller und das levelt schneller mit. Sobald man halt das abgelevelt hat, wird das schneller. Wenn man einen Toam drin hat, braucht man das nicht die ganze Zeit füttern. Ansonsten wird das immer wieder schlecht. So. Jetzt haben wir wenigstens den Mount. Jetzt sind wir hier ein bisschen schneller unterwegs. So, schaut's von der Seite aus. Wissen, was liegt denn hier? Keine Ahnung, was das ist. Mal gucken. Hm. Hm. Useful Upgrading Great Eight Weapon. Was ist das? Ist das so Reputation, ah? Hm. Das hier ist... Okay. Hm. Das ist von Quest-Dingens. So. Wo ist jetzt nochmal die Quest hier? Lamp of Blessing. Das war das Ding hier. Ja gut. Und das hier habe ich jetzt gefailt. Und dann kann ich das jetzt an und für sich trashen. Und dann machen wir das nochmal. Und dann machen wir das eben nochmal kurz. So, wir denken mal schnell. Hm. Es ist halt interessant, dass das halt so automatisch dahin läuft. Die Kamera währenddessen trinken schaut so irgendwie komisch aus, aber ja. Hm. So gut. Mal wegpacken. Achso, das geht sogar auf dem Ding. Oh, interessant. Hm. Wie stirbt das? So. Jetzt zurück. Jetzt ist das Ding hier weg, oder? Ja. Vorher war noch bei der... Was ist das denn? Das muss... Was sind die Probleme? Ich... Das ist der fett Sonntag. Was ist das denn? Was macht das? Das ist doch Bubble Fish. So guckt das dann aus. Was ist das? Ja. Was ist das? Was ist das? Ein glas Ding im Norden. Mal gucken. Gehen wir nochmal in den Norden. Das ist dann praktisch Staffel da, genau. Mal gucken. Ja. Das ist dann nicht so. Keine Tröne für den Wagen. Keine Tröne für die Sch Schuhe. Pass auf den Kiel. Bauen. Ich dachte, ich sollte auch das da irgendwie anwenden. Was ist das denn? Süß! Was? Süß! 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 Das ist komisch! Ah, wir kriegen das mal! Breathe! Das verwandelt mich allen möglichen Scheiß. Und ich habe eine wunderbare Idee Ich kehre das Ding jetzt Und Irgendwas sagt mir gerade dass ich das nicht töten soll Ich muss das hier an und für sich töten Bis ich eine Katze bin und dann wieder zurückkomme Okay, das machen wir aber am nächsten Mal Würde ich sagen, jetzt bist du hier schon wieder zu lang Bis gleich Tschüss Bis dann